Prozent Jo hallo und es wird nur eine kleine kurze Folge ich hab grad schon mit Krieg der Zuhörmacht wieder gestorben ist und ich wollte ich bin beim bei der Rettungsaktion von Fabi gestorben ich versuche ich versuche mal zu fressen hier ich stehe ja beim Friedhof ja ich muss jetzt erst mein Leben regenerieren lassen dann kann ich machen einer kämpft gegen das Geld einer muss meine Kraft nach vorne wo bist du gestorben am Friedhof oben unten da wo das Gewehr steht da steht irgendwo ja ich hab da muss auch mein Kraft anstehen ja ich hab's gut das ist sehr freundlich ich habe mich wieder sparen ich sparen wieder und plötzlich schießt mich ins Skelett von hinten ab was ahaha er hat das ist ein bisschen das oder ja aus dem ich hab's auch auf den Kastner ja ich habe gehört jetzt ich habe ich einfach ganz gewinnt hat er hat noch Blumen nicht braucht Blumen Prozent ja die meisten Sachen wieder einer nur ein paar Blumen auch an den Kassel das alles hätte aber nicht als Tod das wäre doch das wäre das wäre mir jetzt und nicht ich bin ja dann und dann ich könnte ich bin ja dann nicht mal die Möglichkeit aus meinem Haus rauszukommen das zählt trotzdem als Tod was kann ich dafür vieles nein was wenn ich immer mit einem einer meiner Sachen wieder über was er hat was ist das war ich habe nicht was passiert hier sind die Linderloch was ich denke ich habe auch noch nicht mehr in der Karin wieder doch die Linderloch ach so da auch geholfen ich brauche eine Blume ich brauche eine Blume alle Lernstunde aber ja super so jetzt sind 2 mpc und ist nur mit einer und die Spiele Peter Peter Spiele da heil auf Peter heil Peter hochlebe Peter so ist es funktioniert überhaupt nicht mit dem Gras aber das ist meine Folge zwei kleine Rettungsaktionen und auf wird passiert ist nicht so schnell wie du eine Werte war gerade das ist doch ein paar Hörer die Lärm mit der Hörer bei diesen Spruch ist er wieder durch die Kassel Friedhof normalerweise müsste doch ich hab das normaler Gras verbunden normalerweise müsste es doch jetzt zu Gras wachsen auch oder wie hier beim Friedhof ich hab das eine Schlange gebaut und eine braune Wurst aus Erde die da halt so so Gras wird und das Gras irgendwie will das nicht da hochwandern ja das ist doch halt ja das ist doch so gut ja aber es ist ja noch nicht mal ein einziger Block ja das dauert halt so lange Gott darf ok na dann da bin ich jetzt auch mal meine Folge beenden ich hab keine Lust mehr da und sterben haut herein bis jetzt mal und tschüss ja wenn ich beim Dorf da bin dann mach ich auch meine Ende Folge also nicht mehr lange also ich fasse nochmal zusammen ähm jemand anderes aus dem äh aus Stadt Roth hat null Kills ich hab äh neun Tote ich hab ein Tod Fabi hat drei Tote Jujuzak hat sieben Tote und Typhoon hat 25 Tote voll der Unterschied bestimmt fünffache von irgendjemand oder so anders Fabi ich glaube du bist ja auch demnächst soweit und ich beende jetzt meine Folge tschüss ja sobald ich meinen Garten